Moin Moin, die Privat, meine Genossen, ich bin der Russian WFB und willkommen zurück zu Road to Dime Sniper. Ja, mal wieder mit Paul und Patrick, immer und immer noch nicht mit dem neuen. Naja, der hat wohl keine Zeit oder was. Weiter geht es mit Hardcore und natürlich der SVU. Und ich brauche noch 95 One-Shot-Kills, dann haben wir die 250 One-Shot-Kills durch. Ah, Hijack, na toll. Ihr könnt auch mal reden. Nee. Nee, ganz ehrlich, nee. So, SVU, gut unterlaufen. Wer sich fragt, warum ich die jetzt auf einmal freigeschaltet habe. Wir hatten ein paar Matches gemacht, die ich aber nicht, zwar schon aufgenommen habe, aber die ich nicht hochladen wollte, weil sie so richtig scheiße waren. Richtig schwitzt da drin. Ey, lass mich hier durch. Wow. Na, komm her. Come with me, bitch. Oh, Pat, sie geht ab. Ja, vielleicht sind das Biest zwei. 2.0, Junge. Jetzt hier gleich sterbe ich sofort. Der rennt mal da nicht so heftig in den Spawn rein, ne? Ja, Sir. Leute, oh, oh. Na? Ey, 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 ey. Okay. LOL. Ey. Da bist du irgendwie an der Leiter festgebuckt und dann springst du da runter und du kriegst voll den Headshot reingedrückt. Ey, hör auf, SVU zu spielen. Nur ich darf dich spielen, du Missgeburt. Gleich, wenn ich dich kille, kille ich Patrick hier. Dann schieß ich ihn in den Rücken. Was ist denn das? Das war eine Scheiße, Mann. Geht euch ja hängen. Ja, Paul, hau mal jetzt sein Orbital mal raus. So, erbündete Drohne. Da hast du ihn. Ja, voll der geil. Das ist der Impel. Ja, ohne Hardliner, Alter. Ich mach meine Skorpion auf Gold. Ich muss fünf Kills hintereinander machen, um eine behinderte Drohne zu kriegen. Ja, ein Blutrünstig. Bei MP3 brauchst du wie viele? Zwei? Drei. Ja, zwei mit Hardliner. Ey. Jetzt ist die Drohne weg. Hardcore ist scheiße ohne Drohne. Ja, ich hab eine rausgehauen. Ihr seid ihr dran. Ich hab keine. Noch keine. Ah, ich hab eine. Ist nice. Also hab ich einen 7 zu 3. Ey, im Ernst? Wofür gewonkiert ihr mich? Erwischt. Du Bitch. Entfernlenkladung unterwegs. Wow, das ist... Okay, sind hier mal ein paar Gegner? Ja, ne? In der Drohne. In der Drohne nähert sich. Das war richtiger Commander Kriegerscopes, ja. Ich hab die nächste Drohne. Ja, setz ein. Scheiß drauf. Immer weiter kämpfen. Das lag ja ein bisschen. Ja, ich hab auch 4 Bar. Jetzt setz noch einen. Oder hast du schon? Verbündete Drohne nähert sich. Ja, hab mich irgendwie so... Ich bin eingeschlafen. Ich bin eingeschlafen. So, beim COD-Spielen einfach nur so einschlafen. Kann auch keiner. Oh Mann, ey. Warum immer durch die Wände? Weil das Hardcore ist. Ey, weißt du? Da läuft mir ein Teammate durch, während ich auf dem Gegner ziele. Nein, nicht wirklich. Aber trotzdem, dann schieße ich nicht. Und dann will ich schießen, dann bin ich tot. Fuck. Okay, 12-4. Die Fail-Kill-Camp, Alter. Achtet mal. Richtig epic, Alter. Loll. Achtet mal, wie blöd der ist. Nice one. Alles klar, das war's mit Match Nummer 1. Und wir sehen uns in Match Nummer 2. Okay, Match Nummer 2. Mal wieder hijacked. Und, ja, mehr brauche ich nichts zu erklären. Okay. 7, 6, 5, 4. 1, los. Ah. So. Ey, hör auf, auf mich zu schießen. Das war knapp, ey. Wir haben die Kontrolle übernommen. Da ist einer links. Ja, nee, echt. Kommt mit mir, Bitch. Ach, Paul, hab ich dir erzählt, dass mein Bruder Dennis Arnold Classics gewonnen hat? Weißt du überhaupt, was Arnold Classic ist? Okay, Paul, das ist geil. Das ist die zweitgrößte Bodybuilder-Show der Welt. Aber nur die zweitgrößte, also. Ja, das ist halt Arnold. Arnold Schwarzenegger, kennst du, ne? Der macht das so. Alter, die größte ist Mr. Olympia. Mr. Olympia. Das ist die größte Bodybuilder-Show. Das ist harte Arbeit, Junge. So harte Arbeit wie YouTube, Mann. Ja, sehr. Junge, der nimmt ab und baut gleichzeitig Muskeln auf. Und das ohne irgendwelche Steroide oder sowas. Da kämpft übrigens einer unten. Ja, unten bei den Früchten auch einer. Ne, bringt nix. Einer bei uns im Pool auch. Mann, ich hasse Hijack, das geht gar nicht. Okay, auch nicht. Boah, hab mich erschreckt, Alter. Boah, Junge, du bist so... Ich brauch Hilfe, ich bin geflasht. Ha! Nice. Der Dennis, der hat 130.000 Dollar gewonnen. Ey, Mann, hört auf, mit der SVU zu zocken, bitte. Ist so, Russian Wolf. Ey, ich brauch... Ich muss den spielen. Ich mein' alle gay, Alter. Wir können sein, die Basel hoch. Wir haben ein Problem, das ist die Fronttour. Ey, weißt du, dieser deutsche Bastard da, ne? Der verfehlt erst mal drei Börse mit seiner scheiß FAL. Und dann killt er mich einfach, als ich mich zu hinten drehe. Ah, ich bin schon wieder im Minus. Ich hab keinen Bock mehr. Wer hat mich hier angeschossen? Richtig gut geschossen, du gescheißen Gegner. Aber gut, dass das kein Teammate war. Gut. Ey, Mann! Ey, warum ist der Hurensohn von Deutscher Bastard da immer hinter mir? Ich spiel mit Claymon Hardcore, weil ich nichts Besseres zu tun habe. Sagt der, der mit der SVU in Hardcore spielt. Da ist einer. Danke schön. Bitte. Bitch. Ach, Paul, Mann. Ey! Das ist unglaublich. Vor allem, ich hab den einen Hurensohn und dann das Hitmarker gegeben. Warum ist da eigentlich immer jeder vor mir, hinter mir, während ich im Zoom bin oder sonst was anderes? Ja, komm, ich weiß, dass du, wo du hier rein willst. Läuft, warte. Ach, Paul. Ey, da liegen, ernsthaft, da liegen zwei SS. Hat nichts gebracht. Komm, gehen wir mal hier hoch. Ich hab gesagt, wir gehen hier hoch. Ah. Das war zweifellos gute Arbeit. Das wollen wir sehen. Oh ja. Lol. Nice one. Alles klar, das war's dann mit dieser Folge und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Das war Daniel. Nachfolger. Nur camp, oh was? Du Noob, Alter. Du Lappen, Alter. Kann jeder Mann1 Yo cempel, Alter. Du New- nowo. OOoOOH! olla